Gut, nachdem die letzten Gäste dann auch sitzen. Ja, vielleicht können wir uns dem Redner zuwenden. Christian Strobl wird jetzt anschließen an den Talk, den wir davor hatten, wo wir einen allgemeinen Überblick hatten und wird nochmal ganz speziell das europäische Kopernikus-Programm vorstellen. Und ja, ich freue mich auf deine Folie. Danke, danke für die Einführung. Mein Name ist Christian Strobl, ich arbeite am Deutschen Fernerkundungsdatenzentrum in Oberpfaffenhofen und bin gerade beim Projekt beschäftigt, wo es eben darum geht, diese Sentinel-Daten aus dem Kopernikus-Programm für Nutzer zur Verfügung zu stellen. Ich halte den Vortrag hier so, wie ich ihn jetzt hier halte, speziell vor diesem Forum, muss ich dazu sagen. Wenn ich den zum Beispiel jetzt auf den Kopernikus-Tagen gehalten hätte, die vor einer Woche in Berlin waren, würden die Leute fragen, was macht er da, das kennen wir doch alles, das wissen wir alles. Und deswegen ist mein Eindruck, ich habe gestern auch so einen Python-Workshop gegeben und habe dann gefragt, er beschäftigt sich mit Vektordaten, er beschäftigt sich mit Rasterdaten, mit Fernerkundungsdaten. Das Verhältnis war ungefähr 18 Leute Vektordaten, OSM und so weiter, vielleicht zwei Daten, zwei Leute, die an den Rasterdaten interessiert waren. Und deswegen, das nur vorausgeschickt, ähnlich wie bei meinem Vorredner, soll das eine gewisse Awareness wecken, was alles möglich ist. In Teilen, das besteht, dann auf die Sentinel-Missionen, zwei wurden schon vorgestellt, das werde ich dann ein bisschen kürzer fassen. Dann auch die Kopernikus-Services, ein wichtiger Bestandteil von dem Kopernikus-Programm, zeigt dann, wie man an die Kopernikus-Daten hinkommt. Da gibt es inzwischen auch mehrere Möglichkeiten, von welchen sich auch viel im Aufbau verbinden. Und versuche am Schluss noch die Brücke zu schlagen, wie kann ich die Kopernikus-Daten denn auch mit der freien Software benutzen, die wir alle so gern haben und kennen. Hier ist ein Übersichtsbild, das Kopernikus-Programm besteht im Wesentlichen aus drei Hauptkomponenten, die sogenannte Weltraumkomponente, zu der die ganzen Satelliten gehören, dann aber auch die Bodenstationen, der Empfang, dann die Servicekomponente, das sind Auswertungen, die auf Basis dieser Satellitendaten konkrete Aufgaben erfüllen, zum Beispiel im Bereich Land, Sicherheit, Wasser und so weiter. Und was inzwischen immer wichtiger wird, sind auch in situ Komponenten. Das war jetzt auf den Kopernikus-Tagen in Berlin auch ein großes Thema, weil mit den großen Datenmengen, die durch das Kopernikus-Programm auf die Benutzer hereinbrechen, eine Validierung, wie man es bisher kennt, die einfach visuell ist und einfach mal so mit Basisität nicht mehr möglich ist. Und wenn man Auswertungen macht, dann braucht man auch auf der Erde halt dementsprechende Sensoren, Temperaturmessungen, Feuchtigkeitsmessungen, mit denen man das, was man dann aus Weltraum abgeleiteten Daten sieht, vergleichen und validieren kann. Ich habe jetzt hier am Anfang mal so ein paar Bilder, wie diese Raketen eine nach dem anderen in den Himmel gegangen ist. Die erste war die Sentinel-1A im 2014, dann kam 2015 Sentinel-2A, also Sentinel-1A ist Radarsatellit, Sentinel-2A ist der optische, der schon vorgestellt wurde. Dann ging es schon 2016 weiter mit Sentinel-1B, das heißt, es sind jetzt schon zwei vom gleichen Typ im Umlauf. Dann ging es letztes Jahr mit Sentinel-3A weiter und dann Sentinel-2B hier im März vor ein paar Tagen. Es kam sogar mal ausnahmsweise in die Nachrichten. Hier habe ich nochmal einen Überblick über die Missionen, die noch geplant sind. Sentinel-3B soll im Lauf dieses Jahr starten. Dann gibt es die Sentinel-5P Precursor-Mission. Da geht es um Atmosphärendaten im globalen Umfeld, die haben eine relativ geringe Auflösung, soll auch noch dieses Jahr starten. Aber bei den Satelliten ist es meistens so, dass wenn der Start geplant ist, dass der nicht unbedingt zu dem Zeitpunkt stattfindet. Deswegen kann es auch leicht sein, dass der erst 2018 gelauncht wird. Und dann sind noch zwei weitere Atmosphäremissionen, Sentinel-4 und 5, die ab 2021 kommen. Also man sieht schon, mit welchen massiven Mitteln da versucht wird, so ein Erdbeobachtungsprogramm aufzuziehen. Allein an den Zahlen an Satelliten, die jetzt hier in den letzten drei Jahren gelauncht wurden, wenn man das jetzt zum Beispiel mit der NASA vergleicht, die hat jetzt den letzten, war der WIRS-Satellit 2011. Modus läuft seit 2000 ungefähr und hat eine End-of-Lifetime-prognostiziert gehabt, ungefähr 2010. Das heißt, die sind alle schon sieben Jahre praktisch über der prognostizierten Endzeit, was bedeutet, dass wenn das Ding heute irgendeinen Fehler hat, es morgen dafür keinen Ersatz gibt. Das ist auch etwas, was mit den Sentinel-Missionen von der EU geplant ist, dass man dann eine langfristige Linie fährt. Und auch für diese 1A, 1B-Missionen gibt es schon Planungen für die Nachfolge. Jetzt kurz auf die Sentinel-1-Mission. Ich werde nicht zu viel darüber sagen. Wichtig ist, es gibt jetzt zwei Satelliten. Für die Experten ist es C-Band. Das ist ein sonnensynchroner Satellit. Das wurde sehr gut vorher aufbereitet und erklärt, was das bedeutet. Wir haben einen Wiederholungszyklus von sechs Tagen und der ist konzipiert für eine Betriebszeit von sieben Jahren. Hier sieht man die unterschiedlichen Modi. Wir haben den White Swords-Modus, der mit 250 Kilometer Schwartbreite wirklich einen sehr großen Bereich abstreckt für so einen Satelliten bei der Auflösung und können dann aber noch in Auflösungen von 5 Meter in Wave-Mode, Strip-Mode usw. kommen, was allerdings bedeutet, dass das extra eingeschaltet werden muss und diese Hintergrundbeobachtung, diese Background-Mission damit unterbrochen wird. Die Daten werden zur Verfügung gestellt für Marines-Monitoring, Land-Monitoring, Emergency, also Notfallereignisse, Klimawandel und auch für Sicherheitsaspekte. Hier ist mal so ein Beispiel, wenn man so reinzoomt, dann ist das Beispiel von der Donau irgendwo in Rumänien, glaube ich, sieht man dann hier die Schiffe und das ist tatsächlich auch etwas, was im marinen Bereich sehr stark eingesetzt wird. Dann hat man hier Sentinel-2, das ist ein optischer Satellit, vergleichbar zu Landsat, hat 13 Bänder, aber auch im nahen Infrarot und im kurzwelligen Bereich, hat hier räumliche Auflösungen von 10, 20 und 60 Meter, je nach Band, eine Wiederholrate von 5 Tagen, wenn die zwei Satelliten da sind, der zweite ist jetzt schon gestartet, die kommen allerdings noch nicht zur Auslieferung, das ist vielleicht eine neue, da kommen wir bei Sentinel-3 noch mal sagen. Dann haben wir hier auch einen Sonnensynchronen-Orbit und wieder für sieben Jahre vorbereitet, aber die Kosten sind praktisch für zwölf Jahre jetzt schon gedeckt. Das ist natürlich bei so einem Satelliten auch immer wichtig, dass wenn man eine prognostizierte Laufzeit hat, dann muss man sich einmal überlegen, was da dran hängt an Empfang, an Verteilung, an dem ganzen Personal, was drumherum ist und da werden die Gelder erstmal für diesen Zeitraum zur Verfügung gestellt und wenn der dann länger läuft, dann muss man erstmal wieder Gelder akquirieren und sich überlegen, wie das weitergeht und da ist jetzt schon mal für zwölf Jahre praktisch das Positiv angenommen. Hier sieht man schön die Schwartbreite, also die Breite, die der Satellit aufnimmt im Vergleich, also hier in der Mitte die roten Spot, dann hat man hier den Landsat und ungefähr die vierfache Fläche kriegt man mit dem Sentinel-2 mit einer besseren Auflösung. Hier wieder die generellen Services, die vor allen Dingen aus dem Landbereich sind, mit Forst und auch im Precision-Farm-Bereich, in der Carbonüberwachung und in Bodenerosion. Hier wäre wieder so ein Beispiel, ich glaube, wir sind irgendwo in Berlin. Man sieht ja, bis zu welcher Auflösung man dann runterkommt und wer jetzt hoch- oder höchst aufgelöste Satellitendaten mal gesehen hat, mit einem oder unter einem Meter, sieht man natürlich auch, wofür man das nutzen kann, wofür man das nicht nutzen kann. Jetzt die Sentinel-3-Mission, das ist am ehesten vergleichbar mit den MODIS-Daten, wo der Herr Hohmann auch schon vorher erwähnt hat und hat hier das Ziel, hauptsächlich im Land- und im Wasserbereich globales Monitoring zu ermöglichen. Es sind zwei Instrumente hier drauf, das ist das OLCI, das ist das Ocean and Land Color Instrument. Es sind fünf Instrumente drauf, Entschuldigung, ich stelle hier bloß zwei vor. Und das SLSTR, das ist das Sea and Land Surface Temperature Radiometer, mit dem es möglich ist, thermale Auswertungen zu machen und auch Feuerdetektion durchzuführen. Aus diesen OLCI-Daten können auch geophysikalische Produkte direkt abgeleitet werden. Das heißt, ich berechne dann Chlorophyll-Konzentrationen, Suspensionsfracht im Meer, das, was von Photosynthese ausgestrahlt wird, Aerosole in der Atmosphäre, Landtemperaturen, Wassertemperaturen, und auch die Reflexion über Land und so weiter. Das sind alles Produkte, die direkt benutzt werden können, ohne dass ich eigentlich von Fernerkundung richtig eine Ahnung haben muss. Sondern das sind Produkte, die ich in Modelle eingeben kann, mit denen ich dann halt physikalische Modelle von der Erde befüttern kann und als Input für Modellierungen dienen können. Also kann ich dann benutzen, ohne wirklich jetzt im Fernerkundungsbereich da einsteigen zu müssen. Das ist auch ein großer Vorteil. Das gibt es beim Modus natürlich auch zum Teil. Hier sieht man mal so Beispiele von Sentinel-3-Daten. Hier hat man so einen Algenblumen. Und wenn man weiter raus zum Schaut so aus. Die Daten sind tatsächlich noch nicht verfügbar. Das ist immer noch in so einer Art präoperationellen Phase. Das ist auch richtig. Die sollen aber jetzt die nächsten ein, zwei Monate wirklich auf dem Science ablanden. Vereinzelt sind es verfügbar, aber sie kommen so tröpfelweise rein und wir verwenden sie für unsere Sachen noch nicht. Jetzt kommen wir zu den Services. Ein weiteres wichtiges Standbein, weil die EU halt auch erkannt hat, dass mit Satellitendaten viele Leute nichts anfangen können, wenn man halt doch sehr explizites Expertenwissen benötigt, um diese Sachen dann oft wirklich abzuleiten, was man wissenschaftlich wissen will. Und diese Services liefern halt jetzt im Bereich Atmosphäre, Klimawandel, Notfall, Land generell und Wasser und aber auch Sicherheit, Dienste, mit denen wir ändern, wenn man halt direkt arbeiten kann. Ich gebe ganz kurz, dieser Kernigus Emergency Management Service ist ein 24-7-Dienst, der immer aktiviert werden kann, wenn irgendwelche, der bei Katastrophen ausgelöst wird. Der ist operationell seit 2012 und kann von autorisierten Usern ausgelöst werden. Die Daten werden aber allen zur Verfügung gestellt und dort werden auf Basis von Satellitendaten Kartenauswertungen gemacht, die dann den Einsatzkräften für Operationserfügung gestellt werden. Das kann man auch direkt über das Internet erreichen. Das zeige ich dann später noch. Und hier gehen wir kurz auf die Landmonitoring Services ein. Man hat da jeweils eine globale Komponente, eine kontinentale und eine lokale. Das heißt, man versucht, Auswertungen zu machen, je nach Maßstab, die sich auf die ganze Erde beziehen oder halt auf Europa oder halt auch auf kleine Spots, wie zum Beispiel Städte. Die globale Komponente hat eine Auflösung von 300 bis 5 Kilometer und da geht es halt wirklich dann jetzt darum, globale Sachen abzuleiten, wie zum Beispiel, wie ändert sich die Vegetation, der Energiehaushalt ist natürlich in letzter Zeit extrem wichtig und da aber auch Anwendungen im Bereich Wasser. Also es ist immer, in dem Bereich steht die EU dann Daten zur Verfügung, die halt eine globale Auswertung ermöglichen und auch, was ich finde, ganz gut ist, wenn so etwas nicht immer nur aus den USA kommt, sondern wenn man auch hier Daten hat, die von einem unabhängigen Gremium erhoben wird, weil die meisten Daten, die globale Aussagen treffen, kommen natürlich immer aus den USA. Dann hat man hier Corinne Lendkauber, das kennen vielleicht viele, die abgeleiteten Daten, kommen auch aus dem Programm, die werden ja von der EEA im Augenblick erhoben, die haben den Auftrag dafür und decken das Ganze auf einer europäischen Ebene ab. Hier arbeiten wir mit Auflösungen, so im Bereich 30 Meter schätze ich. Dann gibt es noch High-Resolution-Anwendungen, die basieren auf Daten, die jetzt nicht direkt im Copernicus-Programm drin sind. Da geht es zum Beispiel um die Ableitung von Versiedlungsflächen, von Änderungen im Forst, in der Landwirtschaft, wie entwickeln sich Wasserflächen oder auch Wetlands. Da kommt es zu einer zusätzlichen Komponente, die auch im Copernicus-Programm zur Verfügung gestellt wird, die aber nicht explizit, also die nicht über die Sentinel-Missionen abgedeckt wird. Die ESA unterhält das sogenannte, das heißt CSEDA, das ist ein Datenarchiv, wofür gewisse Services, Daten auch von kommerziellen Providern hinzugekauft werden, die dann in solche Auswertungen mit einfließen, um auch Auswertungen abdecken zu können, die in diesem hoch aufgelösten Bereich fallen. Ein Problem bei dem Ganzen, wenn man Copernicus-Services nutzen will, hat man, dass die einzelnen Services im Augenblick noch kein richtiges Portal haben, keinen richtigen Katalog. Das ist auch für unser Problem, wo man auf die Daten zugreifen kann. Da gibt es jetzt Initiativen, die versuchen, das zu vereinheitlichen. Und so ein erster Schritt ist dieses Copernicus-Work-with-us, wo hier praktisch, im Augenblick ist es leider nicht recht viel mehr, meiner Ansicht nach, als eine Linksammlung, wo ich halt auf diese ganzen Services so einen Zugang habe, wo ich auf einer Seite starten kann. Was noch fehlt, ist ein Katalog und auch in vielen Bereichen wirkliche Freiservices, die man halt dann auch übers Internet harvesten und auch nutzen kann. Aber das ist mein Einstiegspunkt, wer wirklich ein konkretes Problem hat oder eine konkrete Fragestellung und sich dafür vielleicht Daten sucht, der kann mit diesem Portal, nennen wir es mal, anfangen. Und wie komme ich jetzt an meine Daten? Das ist auch, darf ich mal vorhin schon erwähnen, es gibt, ich werde jetzt hier nur zwei vorstellen, es gibt diesen Copernicus Open Access Hub, der ist eigentlich, ich muss vielleicht noch zwei Worte vorausschicken, der Plan vom Copernicus-Programm war von vornherein, dass über die Zentrale keine Daten an den Endanwender verteilt werden. Der Plan war, es gibt einen zentralen europäischen Hub, es gibt viele Hubs, ich vereinfache das jetzt ein bisschen, es gibt einen zentralen europäischen Hub, über den bedienen sich die einzelnen Mitgliedsländer, über den bedienen sich die einzelnen Mitgliedsländer, die auch wieder Institutionen, Firmen beauftragen, diesen Datenzugang für ihr Land aufzubauen. Und die ESA liefert nicht an die Endanwender, sondern eben an diese lokalen, nationalen Distributoren. Und dieser Science Hub, der war halt praktisch die Zugangsmöglichkeit, solange es diese nationalen Verteilstationen, diese nationalen Portale noch nicht gegeben hat und liefert jetzt seit Anfang 2015 sehr viele Daten, aber wer da schon mal drauf war, der wird merken, dass der auch sehr stark überlastet ist und dass der oft auch minutenlang nicht antwortet. Man kann auch über APIs sich die Daten runterholen und das ist relativ mühsam. Deswegen gibt es jetzt zahlreiche nationale Initiativen, um diesen Missstand abzustellen. Und es gibt aber auch Bestrebungen von kommerziellen Providern, wie zum Beispiel Google, mit der Google Earth Engine oder Amazon, mit der Amazon Cloud, Daten direkt zu hosten. Wobei es bei diesen Initiativen für mich zumindestens unklar ist, wie da die lizenzrechtlichen Bedingungen sind, dass man sich Daten zum Beispiel von Google direkt runterlädt. Kann man machen, machen auch viele, weil das zum Teil natürlich schneller geht, aber es ist nicht gewährleistet, wie lange jetzt Google überhaupt das offen hat. Da gibt es ja kein Agreement, sondern das kann von heute auf morgen abgeschlossen werden. Und deswegen gibt es dann in den einzelnen Ländern, und ich würde das mal Infrastrukturmaßnahmen nennen, so Datenportale aufzubauen, die halt einen langfristigen Zugang zu diesen Daten sicherstellen. Das heißt, wenn das jetzt vielleicht auch im Augenblick alles nicht so funktioniert, weil die Bandbreiten eng sind, wird es doch in Zukunft das einzig Verlässliche sein, dass hier die einzelnen Mitgliedstaaten dafür sorgen, dass die Daten distributiert werden. Und jetzt praktisch, wer jetzt Lust hat, sich wirklich mal Daten unterzuholen, der kann sich da ein Login besorgen. Ich habe den Screenshot hier nicht abgedatet, hier heißt es noch Scientific Data Hub, inzwischen heißt er Open Access Hub. Dort habe ich auch ganz einfache Suchmöglichkeiten. Ich kann Rechtecke aufziehen, ich kann Zeit angeben, dann kriege ich hier so eine Ergebnismenue mit ein paar Quicklucks zurück, tun wir die in einen Warenkorb, kann er die einzeln nur mal anschauen und dann kann ich eine Bestellung auslösen und kann die downloaden. Das Alternative für Deutschland ist Code.de, das befindet sich gerade im Aufbau, das wurde letzte Woche auf den Copernic-Plus-Tagen in Berlin vorgestellt und das ist das, wo wir hier auch vom DLR mitarbeiten. Da geht es halt darum, so einen nationalen Datenzugang aufzubauen. Das Code.de soll für Deutschland die zentrale Zugriffsstelle auf Sentinel-Daten werden. Man hat hier unterschiedliche Angebote, es gibt Datasets, die Daten sollen als Service auch zur Verfügung gestellt werden. Es gibt Tools, Projekte und was auch wichtig ist, es gibt die Möglichkeit dort Prozessoren zu hosten, wobei das Finanzierungsmodell an der Stelle für mich zumindest noch nicht ganz geklärt ist. Prozessoren, warum gibt es hier Prozessoren? Das ist genau der gleiche Grund, warum Google Earth oder Amazon versuchen, Daten zu hosten. Weil im Prinzip geht es natürlich vor allen Dingen Amazon und Google natürlich darum, ihre Cloud-Dienste zu verkaufen und dort Maschinen für Prozessierungen, also CPU, RAM und so weiter. Also das, womit da Geld verdient wird. Und bei den großen Datenmengen, die mit diesen Satellitendaten anfallen, ist es halt nicht mehr möglich, dass man die Daten zum Prozessor bringt, sondern der Prozessor muss eigentlich zu den Daten. Und am besten ist es halt, wenn die Daten bei Amazon und Google schon da sind, weil dann kann man da seine Prozessoren halt gut hosten. Und der Gedanke steckt natürlich auch hier bei Code.de dahinter, dass man halt versucht, seine Anwendungen über irgendwelche Finanzierungsmodelle dann direkt beim Betreiber dieser Datenportale zu deployen. Hier haben wir auch nochmal die einzelnen Core-Services aufgeführt im Marketplace und wir haben auch so eine Sammlung an Tools, alles freie Software-Tools und das Wichtigste in dem Zusammenhang ist vielleicht, das habe ich jetzt hier rausgeschmissen, das Wichtigste kommt danach. Ich zeige jetzt hier mal schnell, wie das funktioniert. Das Besondere an dem Code.de im Vergleich zum Open Data Hub von der ESA ist, dass man dort auch so ein Viewing-Service hat. Das heißt, wenn man da startet, sieht man erst mit Daten und kann sich zum Beispiel so über diese Zeitleiste, die unten ist, mal anschauen, wie die Bedeckung oder wie die Überdeckung der Daten für einen gewissen Zeitraum ist. Kann man sowas aufziehen? Und wenn man das so anschaut, sieht man schon, dass einzelne Lücken natürlich manchmal in Asien und Amerika da sind, aber für die hohe Auflösung von bis zu 10 Metern hat man natürlich innerhalb von 10 Tagen schon eine einmalige Überdeckung. Das hat zum Beispiel dazu geführt, dass man jetzt in der Auflösung letztes Jahr ein wolkenfreies Mosaik von Afrika hinbekommen hat und an sowas war bisher überhaupt nicht zu denken, mit den Satellitendaten, die bis jetzt da waren. Okay, dann wenn man weiter reinzoomt, dann sieht man die Satellitendaten, kann vor allen Dingen halt sehen, sind da Wolken drauf oder nicht. Wolken sind meistens schlecht. Hier kann ich was zum Runterladen auswählen, dann kann ich hier zum Beispiel ein Cloud Cover, kann ich einen Wolkenfilter setzen, dann sehe ich hier praktisch bloß Daten, die halt eine geringe Wolkenbedeckung haben. Das ist halt sehr praktisch. Dann kann ich mir hier das Ding auswählen und kann es downloaden. Und wenn ich es downgeloadet habe, dann gehe ich am besten wieder in meine Toolsammlung, probiere irgendein Programm aus. Snap ist zum Beispiel das von der ESA, was da natürlich das Mittel der ersten Wahl ist. Wir haben die auch beschrieben, hier Klass zum Beispiel. Es gibt Tutorials von der ESA, um diese Daten zu verarbeiten, vor allem halt mit Snap. Darunter fallen auch die Sentinel 1, 2, 3 Toolbox, die sind da alle integriert. Das ist das richtige Fernerkundungssoftware, auch freie Software, um Kopernikus-Daten zu verarbeiten. Hier habe ich mal so ein paar Screenshots, natürlich auch wieder von Passau. Hier in unterschiedlichen Bandkombinationen, hier zum Beispiel mit Infrarot, wo man halt die Bedeckung, die Grünflächen als rote, in roter Farbe sieht. Und hier nochmal Atmosphärendurchdringung und so weiter. Kann ich hier alles mit Snap machen, kann auch Auswertungen machen. Aber man ist ja auch ein bisschen an seine eigene Software verhaftet, die hier promotet wird. Hier ist zum Beispiel GEDAL OGR. Es gibt Treiber von GEDAL und OGR für die Sentinel 1 und 2 Daten. Sentinel 3 wird es sicher auch geben. Und ich kann natürlich, wenn das bei GEDAL geht, das auch in Kugels mir anschauen und halt dementsprechend nutzen. Und das war so der Ausblick, wo ich den Bogen spannen wollte. Also es gibt dieses Programm. Es gibt Portale, wo man die Daten runterladen kann. Und es gibt dann tatsächlich auch die Möglichkeit, diese Daten mit freier Software zu verarbeiten und für seine eigenen Zwecke zu nutzen. Das war es von meiner Seite. Ja, Christian, Dankeschön. Für den großen Überblick über das Copernicus-Programm noch Fragen? Ja, danke für den informativen Vortrag. Ich hatte eine Nachfrage zu dieser Sentinel 3-Folie. Da stand was von DEM dabei, die man sich aus den Daten ableiten könnte. Ist da irgendwie DEM stand da? Ja, das ist das. Ja, genau. Da würde ich mich jetzt als nicht-Fernerkundler fragen, gibt es da irgendwie die Perspektive, dass das für den normalen GIS-Nutzer irgendwie in den kommenden Jahren bessere Geländemodelle verspricht? Oder wie ist da die Perspektive? Das ist, ich würde sagen, ja. Die Perspektive gibt es. Es gibt ja inzwischen auch viele, also in großen Bereichen ist immer nur dieses SATM bekannt. Aber es gibt ja zum Beispiel von Aster ein DGM, was ein bisschen genauer ist. Es gibt auch noch mindestens drei, vier andere Geländemodelle weltweit zur Führung, die nicht schlecht sind. Und man kann mit Sentinel-1, gibt es sicher auch Missionen, die versuchen werden, dort Geländemodelle zu erstellen. Es gibt auch im kommerziellen Bereich mit Terra-Sat-Tandem jetzt ein Geländemodell, was weltweit im Maßstab, also mit einer Auflösung von 1,5 Meter oder 2,5 Meter zur Führung steht, was aber natürlich nicht kostenlos ist, nicht frei zur Führung steht. Aber es gibt da Bestrebungen, ja. Noch eine Frage? Ich hätte vielleicht, du hast ja die ganze Zeit die ganzen Daten vorgestellt, du auch, das sind ja Tonnen von Daten. Vielleicht, um das mal so ein bisschen zu dimensionieren, kannst du vielleicht ein bisschen was zu den Datenmengen sagen, die jetzt so ein Sentinel-1, 2 da so täglich zur Erde sendet? Ich vergesse das immer wieder, aber bei Sentinel-2 sendet pro Tag 4.000 Szenen runtergeladen und das sind ungefähr oben, wie viel Terabyte, 3 Terabyte bis 4 Terabyte für einen Satelliten. Also in der Größenordnung bewegt sich ein paar Terabyte pro Tag, üblicherweise. Sentinel-2 hatte ich ja erwähnt in meinem Vortrag, die umfangreichsten Datenmengen von einem einzelnen Satellitenprogramm. Also die anderen bewegen sich meistens im Bereich von so 1, 2 Terabyte pro Tag, wobei man da immer gucken muss, welchen Bearbeitungsstand man nimmt. Rohdaten, die vom Satelliten kommen direkt, sind meistens etwas relativ kompakt und das bläht sich dann eher ein bisschen auf. Wir rechnen ungefähr von Sentinel-1 bis 3 so mit 12 Terabyte, glaube ich, pro Tag, die da reingehen. Also neben dem Know-how auch noch ein bisschen Rechenpower benötigt. Also über das könnte man auch noch mal reden, weil das, glaube ich, wird, wenn man diese ganzen Missionen anschaut, in Zukunft wahrscheinlich mit das herausforderndste sein, die Hardware-Infrastruktur sowohl von Prozessierung als auch von Speicher, als auch von Festplattenplatz, als auch von Netzwerkdurchsatz zur Verfügung zu stellen, um die Sachen wirklich optimal nutzen zu können. Gut, keine Fragen mehr. Dann vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank an die Redler und ab in die Kaffeepause. Vielen Dank. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020